Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Randomizer. Beim letzten Mal haben wir es endlich ins Hauptgebäude der Pokémon Liga geschafft, wo ich auch Zeit. Dann haben wir zwischendurch, zwischen den Folgen mal die Freiheit genommen, tatsächlich unser Team ein bisschen aufzuleveln, da der Champion nachher als höchstes Level der Level 62 Pokémon haben wird. Ich habe mir gedacht, setzen wir zumindest mal 10 Level drunter, dann sollte es immer noch fair genug sein. In der Hoffnung, dass wir das mit 10 Level drunter überhaupt alles schaffen. Sie in der Regel haben sich unsere Stats verbessert, dadurch haben wir nicht allzu viele neue Sachen gelernt. Lan hat Reversal gelernt, statt False Swipe wollten wir sowieso loswerden, weil es für die Top 4 nicht so nützlich ist. Nikolas hat nichts dazu gelernt, hat aber halt jede Menge Stats dazu gekriegt. Drake hat auch nichts dazu gelernt. Und Floppy hingegen hat tatsächlich Triplette gelernt. Das konnte er endlich, wurde ja auch Zeit, endlich mal eine Attacke mit Same-Time-Attack-Bonus für ihn. Das haben wir ihm dann statt Discharge beigebracht, weil Nikolas Discharge sowieso hat. Und bei Vili hat sich nichts geändert. Aber er hat eben ein neues Stats dazu gekriegt. Und ja, so sieht unser Team aktuell aus. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal los. Oder werden erstmal nochmal Dexter aufgehalten. Okay, dann müssen wir halt erstmal noch Dexter dafür verprügeln, dass wir jetzt die Top 4 angreifen dürfen. Und endlich. Starten wir erstmal mit einem Floatzel. Okay. Das sollte nicht zu gefährlich sein. Und du knirscherst uns. Okay. Dann Frenzy planten wir dich zurück. Und mal schauen, was du davon hältst. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Nicht allzu viel. Gut. Floatzel schon mal erledigt. Und was kommt jetzt als nächstes? Messprit. Okay. Ne, Floatzel habe ich schon fast gedacht, das wäre ein ganz normales Team für Generation 4. Ich glaube, der kann Floatzels haben, wenn er nicht den Wasserstarter bekommen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das Messprit sollte definitiv nicht in das Team geraten. Und dann kriege ich das direkt mal ein Signal Beam ab. Reicht das auch, um es direkt Kohl zu hauen? Ja, reicht es. Gute Arbeit, Floppy. Ich schaffe es, legendäre Pokémon zu vernichten. Äh, dann hast du das, dein Mushomai als nächstes. Also da haben wir Extrasensory auf unserem Floppy drauf. Hier mal ein bisschen Extrasensory. Was hältst du davon? Fall bitte einfach um, weil sonst machst du Floppy sehr viel Schaden mit deinen Kampfattacken. Aber du bist einfach umgefallen. Ha, schlecht eingetauscht, Kollege. Schlecht eingetauscht. Staraptor. Äh, da lassen wir aber besser Nikolas ran. Der kann da, glaube ich, besser mit umgehen. Nein, der wird unseren physischen Angriff verringern. Was sollen wir nur tun? Am besten Spezialattacken einsetzen. Was man mit dem Blitz das sowieso tun sollte. So in etwa. Ja, leider sind wir dadurch, dass wir für den Champ ein bisschen hochgelevelt haben. Jetzt für, äh, den armen Dexter leicht überlevelt. Aber auch nur leicht. Oh, Zap Cannon ist daneben gegangen und die Hydro-Pumpe ist auch daneben gegangen. Toller Kampf. Wir, äh, schmeißen ungenaue Attacken aufeinander. Und Milotic bufft sich. Und wir treffen mal wieder mit Zap Cannon einfach nicht. Vier Runden in Folge. Das waren jetzt vier, 50% Chancen in Folge nicht ausgenutzt. Och, die fünfte hat doch tatsächlich getroffen. Das ist aber nett von dir, Nikolas. Na, deshalb habe ich normalerweise ungenauen Attacken nicht allzu gerne. Aber Nikolas lernt ja leider nichts Vernünftiges an Elektro-Attacken. Bis er eben Donner auf Level 71 lernt. Und auch das ist immer noch ungenau. Das ist eben zu ärgerlich, dass wir keine, äh, TM gefunden haben, die ihm mehr bringt. Was noch ein Ludicolo? Da sollte Nikolas eigentlich auch ganz gut mit klarkommen können, hoffe ich. Und sonst müssen wir eben schnell auf Floppy umwechseln. Nein, der Signal Beam dafür. Wäre vielleicht sogar besser. Und auf Floppy rüber gehen. Schauen wir mal, wie viel Megadrain jetzt macht. Ach, nicht so viel. Können wir auch drin bleiben. Ne, ich sag schon, okay. Das ist Ludicolo eben noch in zwei Discharges. K.O. Und sofort, wo das Safeguard ausgelaufen ist, hat das paralysiert. Gute Arbeit. Nikolas bringt zwar nichts mehr, weil er jetzt in der nächsten Runde sowieso K.O. ist und in der Runde jetzt nicht paralysiert war. Aber es war trotzdem gut. Und ich bin überrascht, dass er keinen Full Restore für das Ludicolo übrig hatte. So ein überraschend einfacher Kampf gegen unseren Rivalen gewesen. So direkt vor dem Top 4. Jetzt heilen wir erstmal wieder. Dringend nötig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, schön alle wieder vollgeheilt. Und dann würde ich sagen, setzen wir auch mal unser Team ein bisschen um. Jack ist nicht unbedingt der Beste, den man vorne drin haben sollte. Drake hat eigentlich jede Menge Möglichkeiten, um Attacken kontern zu können. Weil er doch einiges mit Kampf, Eis und Wasser doch einige Typen abgedeckt hat. Flop hier natürlich sowieso für alles immer in der Hinterhand. Sieht, glaube ich, schon besser aus. Und dann sollten wir mal wirklich in die Top 4 reingehen. Ja, lass uns schauen, ob ich auch alle Orden dabei habe. Auch wenn ich mehr oder weniger alle brauche, um überhaupt an diesen Punkt hinzukommen. Aber schauen wir mal. Ja, es ist der Coal Badge. Und der Forest Badge. Und der Relic Badge. Und der Cobble Badge. Und der Fan Badge. Und der Wine Badge. Und der Icicle Badge. Und der Beacon Badge. Ja, wir haben alle 8 Orden. Tja, dann gibt es wohl nichts anderes mehr zu tun, als diesen Schritt nach vorne zu wagen. Und auf diesen Auszug zu steigen. Die Top 4. Eine lange Reise war es bis hierhin. Aber jetzt ist es soweit. Wir kommen zur Pokémon-Liga. Das ist Aaron. Okay. Du hast normalerweise Käfer-Pokémon. Okay. Und dann schauen wir mal, was du mit Käfer-Pokémon so anstellen kannst. Forest. Forest von den Top 4. Der sich ein Manager ist. Manager Forest. Hat ein Lavados. Okay. Dann bin ich extrem happy darüber, dass wir Drake nach vorne gepackt haben. Der kann dann nämlich erstmal Kaskade einsetzen. Oh, du und dein Lavados. Das ist nicht ganz ein Käfer-Pokémon, Kollege. Ich meine, es ist nah dran. Aber. Das ist eigentlich ein brennendes Gummihuhn. Ja, da kommt mit Sicherheit ein Full Restore raus. Jo. Als hätte ich es geahnt. Dann kriegt er halt noch eine Kaskade ab. Eine Kaskade. Das ist auch nur, um meine AP zu verschwenden, oder nicht? Nur weil sie jede einzelne Attacke zwei AP verbraucht. Weil Pressure. Okay. Dann setzen wir Surfer ein. Aber Lavados wird diesen Angriff auf jeden Fall überleben, weil er im Duo eingesetzt hat. Ganz was Tolles. Hey. Glückwunsch. Du hast mit einem AP überlebt. Servi-Sicherheit. Das höre ich dir halt. Hör. Hauptsache, der nervt nicht. Ich hätte doch Eiszahn einfach einsetzen sollen. Ich hatte es kurz überlegt. Einfach Eiszahn einzusetzen. Aber jetzt wachsen wir besser. Willi, rette uns. Rette uns vor diesem Giflor. Stachelspore. Oh, wie fies. Wir machen es erstmal langsamer. Okay. Dann kriegst du jetzt einen Flammenwurf ab. Jetzt die KI in diesem Spiel, dass ich dich Pokémon auswechseln. Das ist so frech. Als wäre dieses Lavados schon in die ewigen Gummihuhn-Jagdgründe eingegangen. Jetzt haben wir erstmal diesen Giflor abgefackelt. Erfolgreich. So. Was holst du jetzt dagegen raus? Ein Quagsire. Joa. Wenn du da mit deinem Warlord kommst, komm mal mit unserem Jack. Schau, was du dann davon hältst. Warlord. Äh. Dann. Wie der ist Rasierblatt ausgewichen? Wie das? Der muss irgendeinen Item haben, dass entweder seine Ausweichchance erhöht oder unsere Genauigkeit verringert. Muss ein Halt-Item haben, weil Rasierblatt hat 100 genauig wert, oder nicht? Da muss ich jetzt gleich mal nachgucken. Jetzt bin ich nämlich verwirrt. Das Morlord ist schon mal weg. Okay, was holst du als nächstes raus? Jetzt holst du wieder das Lavados raus. Okay. Jetzt schau ich mir aber erstmal wirklich die Moves an. Das Rasierblatt nicht wund... Nee, es ist sicher nur 95. Wow. Ich glaube nicht, dass Rasierblatt bis jetzt im gesamten LP einmal daneben gegangen ist. Äh. Dann holen wir für das Lavados doch einfach... Holen wir Drake wieder raus. Der hat die ganze Arbeit gemacht, jetzt darf ich auch die Erfahrungspunkte dafür kriegen. Wäre fast fies, ihm die nicht zu geben. Willkommen zurück, Lavados. Hier heißt ein Eis-Tarn. Hätte ich beim letzten Mal schon tun sollen. Hätte ich dem Biflo wenigstens ordentlich Schaden mitgemacht. So, dann hast du einen Swallowed. Dafür holen wir dann Floppy. Und mit deinem Schluck wegkommst. Und so wird dann einmal schön mit extra Sensory nach Hause geschickt. Extra Sensory. Oh, ordentlich Schaden damit machen. Nach Möglichkeit. Na, hat nicht ganz gereicht. So, kriegen wir jetzt erstmal noch eine Sludge-Bomb abgericht. Äh, ab... Lüder. Kriegen wir erstmal eine ab. Schwierige Worte werden natürlich vergiftet. Läuft alles super. Kommt der Full Restore. Mach du ruhig dein Full Restore. Hier ist ja noch ein extra Sensory drauf. So, das würde ich wieder auf Rot runterbringen. Ne, diesen Zug wird aber nicht nochmal geheilt. Das hat sie das beim Lavados auch nicht gemacht. Ja. Dann kriegst du jetzt eine Triplette ab. Können wir uns die Animation dafür auch mal angucken. Zack. Und tschüss. Schluck weg. Jetzt nehmen wir nochmal Giftschaden. So, jetzt hast du nur noch... ...ein Pokémon, glaube ich. Hast, glaube ich, nur noch das Lopunny, wenn ich es richtig gesehen habe. Richtig in Erinnerung habe. Schau mal. Ja, hast du noch das Lopunny. Okay. Okay. Dann Jack, du hast Brick Break. Oh, Bounce. Egal. Brick Break nicht trotzdem. Nehmen wir halt den Bounce Schaden. Ja, das ist sehr effektiv. Hier hast du ein Brick Break. Das wird jetzt nicht heilen. Das wird wahrscheinlich bouncen. Das heißt, wir können trotzdem kostenlos switchen. Switchen auf Breakrubber. Ja, ist gebounced. Hab ich richtig geraten. Dann versuchen wir es mal mit Cross Chop. Cross Chop! So, das wird hoffentlich genug Schaden machen. Jo. Gut, dann haben wir den ersten in der Top 4 auch schon erlegt. Ohne, dass eins unserer Pokémon gefallen ist. Das heißt, wir müssen keine Beleber einsetzen. Sondern nur ganz normal heilen. Ja. Gut. Ja, du hast mit den stärksten aller Kaper-Pokémon verloren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der jetzt ein besseres Team hatte als im Original. So, dann nehmen wir das mal. Full-Heal. In der Zwischenkämpfe kann man nämlich ruhig die nicht-Full-Restore-Items benutzen. Statt die guten Full-Restores dafür einsetzen zu müssen. Die sind im Kampf deutlich nützlicher. Ich meine nicht, dass wir Probleme mit Items kriegen werden. Dafür haben wir viel zu viele. Ich meine, allein dadurch, dass wir zweimal Secret Ash haben, können wir das eigentlich gar nicht verlieren. Und einmal alle unsere Pokémon, die umgefallen sind, mit vollen HP wiederbeleben. Das ist ziemlich fies. Da haben wir nicht ein einziges Sonderbonbon in so einer gesamten Reise gefunden. Nicht eins. Das will ich mal bemerkt haben. Kein einziges Sonderbonbon irgendwo gefunden. Ich muss das ganze Level nach Level 52, muss ich alles per Hand machen. Okay. Dann haben wir auch schon den 2 in der Top. 4. Ja, du bist Bertha. Okay. Das ist normalerweise Boden-Pokémon. Dann schauen wir mal, wie viele Boden-Pokémon du tatsächlich dabei hast. Bertha. Oder auch Pansy. Wie viele Boden-Pokémon wird Pansy haben? Betten werden angenommen. Das ist ein Mantine. Das ist kein Boden-Pokémon. Das ist nämlich das Gegenteil von einem Boden-Pokémon. Es fliegt. Äh. Käme ich das jetzt mit normalem und neutralem Schaden? Oder wechsle ich lieber auf Nikolas? Ich wechsle lieber auf Nikolas. Das kann ich, glaube ich, wirklich besser dischargen, als er jetzt mit neutralem Schaden gegen zu kämpfen. Vor allem, wenn er anfängt, Aquaregen einzusetzen, war das tatsächlich die richtige Wahl. Discharge drauf. Und dann hat ihm der Aquaregen genau null gebracht. Gut. Erstes von 5 Pokémon ohne Schaden besiegt. Und dann kommt ein Azumarill. Dann wird er vermutlich auch das zweite von 5 Pokémon ohne Schaden besiegen. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob er das Discharge überlebt oder nicht. Das ist schließlich Level 53. Er hat aber... Och, Chris. Gute Arbeit, Nikolas. Saubere Arbeit. Jetzt bist du auch Level 53. Na, das ist ein B-Barrel. Das ist ein reines Wasser-Team scheinbar. Ich meine, ich beklage mich nicht. Ich freue mich eher darüber. Ich habe euch schon so eingestellt, dass ihr keine Teams haben sollt, aber trotzdem hast du ein reines Wasser-Team. Was es für Nikolas sehr einfach macht, hier mal eben durchzurennen. Und Ledian. Okay, und das ist kein Wasser-Pokémon. Das hätte der Kollege davor haben sollen unter seinen mächtigen Käfer-Pokémon. Zugegebenermaßen sollte Ledian niemals in einem Team mächtiger Käfer-Pokémon vorkommen. Oh mein Gott, das ist dazu gekommen, Agilität einzusetzen. Wird er mit Paralyse dadurch jetzt tatsächlich schneller sein als wir? Hm, jetzt kommen wir erstmal für Restore. Jetzt ist er gleich auf jeden Fall schneller als wir. Dann kommt jetzt der Dragon Breath drauf. Und dann ist der nächste Discharge auf jeden Fall ein K.O. für das Ledian. Vor allem wenn er noch Double-Edge einsetzt und sich noch selber Schaden macht. Ja, boah. Double-Edge ist schon eine der stärksten Recoil-Attacken und der hat uns trotzdem kaum Schaden damit gemacht. Aber halt so die Probleme, die man mit Ledians hat, ne? Okay, dann hast du jetzt noch... Der ist wirklich ein Team gewesen, das dafür handgemacht war, dafür, dass Nikolas hier steht und Discharge spammt. Drei Pokémon, die Teil Flug waren und drei Pokémon, die Teil Wasser waren. Jo, das war dann die zweite der Top 4. Du hattest genau null Boden-Pokémon. Wer auch immer das gewettet hat, hat zwei Gummipunkte von mir gekriegt. Ja, wir sind wirklich sehr stark. Oder dein Team war einfach nur ziemlich schlecht. Es ist tatsächlich Zweiteres. Okay, aber jetzt stellt euch mal vor, dass wir an, äh... Ladybars und Ibitax dabei gewesen oder so ein Kram. Genau, deshalb sind die alle vollentwickelt. Hm, ob das wohl normalerweise ein Feuer-Typ-Top-4-Typ sein könnte? Hm. Jo, Trainer! Jo! Ja, ja. La, la. Der Typ ist super Hype. Ja, er hat normalerweise Feuer-Pokémon. Anne. Wer hätte nur gedacht, dass Anne normalerweise Feuer-Pokémon hat. Manager Anne. Was hast du denn? Smoke-Pok! Okay. Äh, dann... Können wir da tatsächlich, glaube ich, ganz gut mit Drake drinbleiben. Will nicht unbedingt auf Flocki rüber. Und natürlich hat Sluschmob uns vergiftet. Warum sollte es das auch nicht tun? Mal schauen, wie viel Kaskade dagegen macht's. Nicht so viel. Äh, dann wechseln wir doch lieber auf Floppy rüber. Ich wollte es eigentlich nicht getan haben. Floppy die Antwort für alles ist. Aber... So wie das gerade vom Schaden her ausgesehen hat, ist es dringend nötig, dass wir... einmal auf Floppy wechseln. So. Floppy, extra Sensory drauf. Na, war's das auch mit diesem Smoke-Mark. Tschüss, Smoke-Mark. So, was hast du als nächstes? Was ist dein nächstes Feuer-Pokémon? Ein Staraptor. Das ist ein gutes Feuer-Pokémon. Außer nicht das erste Staraptor, das wir heute sehen. Nein, das wird wieder den physischen Angriff von meinem Nikolas, von meinem armen Blitzer verringern. Nein! Bloß nicht sowas. Was soll ich nur tun? Oh nein. Discharge drauf. Und... ein Staraptor weniger. Ich könnte fast meinen, dass Staraptor nicht besonders gut ist. Hm. Dann hast du ein Swampod. Das ist allerdings was gut ist. Und was tatsächlich gefährlich ist. Also, Jack, mach bitte dieses Swampod weg. Das ist jetzt erstmal undabbt. Äh, das ist auch noch sein Ass. Mein Gott, du bist gefährlich. Hast du eine Negativ-Priorität-Attacke eingesetzt oder bist du nur so langsam? Oh, ist das ein Crit? Ist das ein Crit? Das ist ein Crit! Jack! Jack holt die wichtigen Crits raus. Und dann hast du ein Rossana. Das Rossana kann sich Willy vornehmen. Blablabla 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 blablabla. Grausames Geräusch. Und dabei höre ich schon nur auf einem Ohr. Dann kannst du dir jetzt mal einen Flammenwurf abkriegen. Na, reicht das schon? Das scheint es nicht ausgereicht zu haben. Boah, dieser Schrei. Grausam. Okay, und dann noch ein Tropius. Okay, das kann Willy auch machen. Der Bananenelefant. Er ist gleichzeitig ein Bananenbaum und ein Elefant und eine Giraffe. Das heißt, ich bin mehr eine Giraffe als ein Elefant. Ich bin deswegen trotzdem immer Banana-Fant. Oh, das hat soeben nicht ausgereicht. Der Flammenwurf ist sehr ärgerlich. Jetzt kommt sein Full-Restore. Dann kommt unser Flammenwurf. Und dann noch ein Flammenwurf. Und dann dieses Tropius noch erledigt. Man könnte fast meinen, dass es denen hauptsächlich daran liegt, dass wir AP verlieren. Ja, jetzt sind wir auf Rot. Komm, machen wir Faint-Attack. Das trifft auf jeden Fall und reicht auf jeden Fall auch aus. Okay. So. Tropius erledigt. Und damals ist auch schon der dritte, der Top 4 erledigt. Ist ja bis jetzt alles gar nicht so schwer. Bis auf das Lavadoss, das wir getroffen haben, das genervt hat. Und auch mehr, weil es geheilt wurde. Dann können wir wieder Milch verteilen an Willy. Willy freut sich über ein bisschen Milch. Dann können wir Superportions verteilen an Willy. Und noch eine Superportion verteilen an Floppy. Und noch eine Superportion verteilen an Floppy. Und noch eine Superportion verteilen an Drake. Und noch eine Superportion verteilen an Drake. Und dann können wir hier noch Hyperheiler nehmen. Hyperheiler. Drake. Bitte schön. So, alle wieder bei bester Gesundheit. Laren hat noch überhaupt nichts zu tun gekriegt. Weil es bis jetzt irgendwie keine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für sie gab. Da sind wir aber schon beim vierten der Top 4. Du bist gerade damit fertig geworden, ein Buch zu lesen. Oh, das ist aber Lucien. Das ist normal, das ist ein Psycho-Pokémon. Schau mal, wie viele Psycho-Pokémon du dabei haben wirst. Mist, ich hab Psycho-Pokémon. Oh mein Gott, noch ein Pansy. Namensbrüder hier in den Top 4. Manager Pansy hat fünf Pokémon. Und es beginnt mit einem Ampfer raus. Äh. Ja. Äh. Drake, geh mal bitte. Ähm. Jack, rette uns. Fang mal irgendwelche Elektro-Attacken ab. Wie dieses Dischart. Wir haben leider, wie gesagt, nichts, was wir sinnvoll gegen Elektro-Pokémon machen können. Außer eben mit Jack Attacken abzufangen. Dann schläfern wir dich erstmal ein. Damit du uns nicht zu viel Schaden machst. So. Und dann fangen wir an, Rasierblatt zu spammen. Bis er etwas unterhalb ist. Und dann, wenn er etwas unter... Ist natürlich sofort aufgewacht. Klar, unter Signal Beam. Äh. Okay. Das halten wir nochmal aus. Also kommt jetzt nochmal ein Rasierblatt drauf. Und dann... Ist er jetzt etwas unterhalb. Und dann holen wir jetzt Frenzyplant raus. Das sollte ihn hoffentlich einfach umhauen. Das ist der Plan. Ja, natürlich ist Frenzyplant daneben gegangen. Äh. Das heißt, wir dürfen nochmal ran. Wir müssen nicht aufladen in der Runde. Oh, ist wieder daneben gegangen. Damit habe ich beim besten Willen nicht gerechnet, dass Frenzyplant einfach zweimal in Folge daneben geht. Das hatten wir... So schlimm auch noch nicht. 90. 10% Chance. Zweimal in Folge ausgenutzt. Das ist 1 in 100 Chance, dass sie zweimal in Folge daneben geht. Die Attacke. Gute Arbeit. Stolz auf alle Beteiligten. Wie gesagt, wir haben irgendwie nichts Sinnvolles, was wir gegen Ampferrosse tun können. Leider. Oh, natürlich ist Statik geprockt. Oh. Nur weil keiner Bodenattacken lernen kann. Reicht das Suckerband schon umzuhauen? Nein, natürlich nicht. Das heißt, er würde ihn jetzt auch voll heilen. Mit dem Full Restore. Oh, der kritzelt uns auch noch. Gott, läuft gut. Der Kampf. Läuft hervorragend. Äh. Gweli, komm raus. Eruption drauf. Dann macht diese Runde sowieso nichts. Außer sich einmal voll zu heilen. So, bitteschön. Hast du einmal eine Eruption abgekriegt? Wie viel Schaden macht dir das denn? Hoffentlich mehr als genug. Mehr als genug. So. Das ist ein nerviges Ampferros. Nur weil er kritzelt. Und eine 1 zu 100 Chance gewinnt, nicht umgebracht zu werden. Okay, Nido-King. Er darf nur mit Drake vorausholen. Und für den Nido-King. Können wir nicht ganz friedlich Kaskade drauf einsetzen? Kaskade! Mehr Earth-Power habe ich nicht so viel Angst vor. Aber, auch wenn das hier Ass ist. Er hat 70 Schaden gemacht. So lange er im nächsten Zug nicht kritzelt, überleben wir das auch nochmal. Selbst wenn das ein niedriger Wurf war, was Schaden anging. Okay, du hast auch eine Citrus-Beere. Joa, nochmal Earth-Power ab. Aber die Kaskade sollte ihn dann trotzdem, trotz Citrus-Beere einfach umhauen. Ja, hat diesmal 75 Schaden gemacht. Wir haben es aber trotzdem locker überlebt. Und da sind 2 von 5 Pokémon niedergeprügelt. Natürlich hat Poison Point uns auch vergiftet. Und der Kampf läuft wirklich hervorragend. Absolut fantastisch. Also was hast du als nächstes? An dem wir jetzt erstmal noch Gift-Schaden kriegen. Und es fast umbringt. Als nächstes hast du... ...en Kangama. Müssen wir Drake für drin lassen. Das ist der einzige, den wir noch haben, der Kampfattacken hat. Und dann müssen wir tatsächlich mal... ...auf den Full Restore zurückgreifen. Wir haben ja nur 50 davon. So, einmal vollheilen. Und das Gift loswerden. Und wenn die Gegner das dürfen, dann darf ich das auch. Jodipnos Outrage. Ich kann mir sowieso nichts für, dass das... ...verringern könnte, den Schaden davon. Ja, du setzt überraschenderweise weiterhin Outrage ein. Nicht, als hättest du jetzt noch die Erscheinungsknüglichkeit. Bitte verwirre dich jetzt einfach nach 2 Runden. Natürlich nicht. Das Glück haben wir nicht. Crossjob drauf. Hat immer einen halben Schaden gemacht. Okay, er ist doch verwirrt. Ich heil trotzdem. Nur für den Fall. Äh, wir setzen jetzt mal eine unserer Max-Portions ein. Full Restore brauchen wir ja gerade nicht. Da haben wir keine Statusveränderung drauf. So, du bist verwirrt. Schlag dich doch bitte einfach selber. Nö, natürlich nicht. Natürlich kriegst du einfach Outrage durch. Klar. Warum auch nicht. Warum auch nicht. Na, du bist verwirrt. Hau dich bitte einfach selber. Wow. Wahnsinn. Hat sich das jetzt nicht selbst gehauen. Damit ich dieses Kagame aus der Welt geschafft. Okay, das war nochmal 3 von 5. Glaube ich. Und was kommt als nächstes? My Tiena. Gut, hier können wir jetzt für drinbleiben. My Tiena. Natürlich erstmal unseren Angriff runter. Embargo würde ich nicht in diesem Fall benutzen. Und es ist sogar clever für ihn, das einzusetzen. Und jetzt gehst du erstmal noch einen Cross Chop ab. Okay, das macht nicht genug Schaden. Dann gehen wir eben wieder auf Kaskade über. Kaskade. Na, bringt dich das ganz runter oder wirst du jetzt vollgehalten? Na, das hätte ich ganz runtergebracht. Vermutlich dank Crit. Aber es hat gereicht. Dann hast du noch einen Makago. Oh. Da sollten wir auch schneller für sein. Ja, wir sind schneller als ein Makago. Wer hätte es gedacht? Schneller als die Schnecke da vorne. Na, vierfache Effektivität. Hat aber trotzdem nicht ausgereicht. Gehen wir noch einen Rock Slide ab. Wird er mit Sicherheit geheilt. Wird er auch. Überraschend. Habe ich überhaupt nicht kommen sehen. So, dann kriegst du jetzt den Surfer ab. Reicht zur Aufung, um ihn einfach umzuhauen. Jo. Halt höhere physische Verteidigung als Spezialverteidigung, schätze ich. Und damit haben wir Manager Penzi auch besiegt. Ja, wir haben die Top 4 besiegt. Und natürlich ist da noch ein Champion, den wir besiegen müssen. Das heilen wir erstmal wieder voll. Erstmal müssen wir beleben. Denn Larm und Jack haben ein bisschen Pech gehabt in dem Kampf. So. Hier sind die beiden wieder vollgeheilt. Dann haben wir heute mal auch Hyper Potions. Dann geht er ein bisschen schneller mit dem Vollheilen. Also wenn wir jetzt auf jeden irgendwie drei Super Potions benutzen. Dafür haben wir ja Hyper Potions gekauft. Genau für solche Sachen. Laden einmal wieder vollholen. Und dann Jack noch vollheilen. Dann sollten wir mal eben auf die AP unserer Attacken gucken. So, der Cross Chop hier zum Beispiel könnte, glaube ich, ein paar AP vertragen. Er hat nämlich nur noch einen. Außerdem könnte Cascade ein paar AP vertragen. Da ist noch quasi alles voll. Discharge hat noch acht. Das reicht. Friendship hat noch vier. Das reicht. Das ist quasi noch voll. Das ist auch quasi noch voll. Dann brauchen wir eigentlich nur äh, bei Drake ein bisschen nachhelfen. Ähm. Ja, dann hast du, du kriegst einmal einen Äther für Cross Chop. Und dann kriegst du einen Äther für Cascade. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, um uns dann beim nächsten Mal mit dem Champion anzulegen und in die Ruhmeshalle eingetragen zu werden und den Abspann zu sehen und das Finale eben zu haben, was sich eben halt so im Finale alles so passiert. Bis dahin. Aloha. Bis dahin. 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 Bis dahin.